Dein Kadi Centella New Cell Ritual Erlebe, wie sich Deine Haut erneuert, wie sie elastisch wird und wie sich Dein Körper festigt. Fühle Dich wie neu geboren und genieße dabei Momente ganzheitlicher Balance, in denen Haut, Sinne und Seele eins werden. Dieses Ritual aktiviert Dein Wurzelchakra und öffnet Deine Aura für die Intensivierung des Centella New Cell Öls. Du wirst dabei von einem Gefühl neuer Stabilität und innerer Sicherheit durchströmt. Centella New Cell unterstützt auf Zellebene Dein Bindegewebe und hilft Deiner Haut, sich selbst zu regenerieren. Die Intuition Deiner Hautzellen wird dabei direkt angesprochen, sodass Deine Haut elastisch wird und sich von innen heraus festigt. Beginne Dein Ritual in einem stabilen, bequemen Sitz auf dem Boden, zum Beispiel mit gekreuzten Beinen. Benutze gerne ein Kissen als Unterlage. Spüre jetzt die Berührungspunkte Deines Körpers mit der Erde. Lass Deine Gesäßhälften, Deine Beine, Knie und Füße schwer nach unten senken. Um Dich mit der Erde zu verbinden, bringst Du Deine Hände ins Bumi Mutra. Dabei legst Du Deine linke Hand entspannt mit der Handfläche nach oben in Deinem Schoß nieder. Mit den Fingerspitzen der rechten Hand berührst Du sanft den Boden. Falls Du Dich sehr unruhig oder gestresst fühlst, kannst Du auch die ganze Handfläche auf die Erde legen. Schließe nun Deine Augen und nimm ganz bewusst die Schwere Deines Beckens wahr. Dann die Schwere Deiner Hüften sowie Deines unteren Rückens. Spüre die kräftigende Energie, die von der Erde ausgeht. Bringe Deine Aufmerksamkeit nun zu Deiner Atmung. Beginne Schritt für Schritt Deine Ausatmung zu verlängern. Versuche die Ausatmung doppelt so lang wie die Einatmung werden zu lassen. Atme so 10 bis 15 Mal ein und langsam wieder aus. Ausatmung ... Versuche ... Amit in der Rest Observierung ... Gratüss ... Beanger ... ... ... Gen prat Hand ... Beanger ... Beanger ... ... холод ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Öffne nun behutsam deine Augen und verteile das Centella-Öl in deinen Handflächen. Spüre die Wärme. Lasse dich vom zitrisch-frischen Aroma der Mandarine inspirieren. Fühle dich ganz in dir geborgen. Beginne dann achtsam und mit dem sanften Druck deiner Finger- und Handflächen all jene Körperpartien zu behandeln, die sich deine Aufmerksamkeit wünschen. Deinen Bauch, deine Beine, deine Oberarme oder auch deine Hüften. Gib das Öl mit kreisförmigen Bewegungen liebevoll an deine Haut ab. Fühle die Energie der mentalen und körperlichen Erneuerung.